unser avp von dem a box tv box sieht so aus die verpackung ist ziemlich gut ich meine normalerweise mache ich keine werbung für die verpackung aber trotzdem zeige ich nochmal die technischen daten hier das ganze hier aussieht ich habe es aus amazon gekauft handhabdrücke kann man hier sehen das ist ein bisschen ärgerlich aber kein problem damit kann ich halt leben so ich habe mal hier meine verpackung das netzteil ist hier separat verpackt mache ich wieder zu ein geschenkkarte ist hier dabei und ein garantie karte dann haben wir hier noch unsere bedienungsanleitung auf deutsch und ein tuch für handabdruck fand es an der box hier schlimme handabdrücke zu sehen ist ich meine naja morandi ist nicht gleich komplett weggelassen mit dem handabdruck und ein anderes material verpacken das ist das ganze verpacken hier haben wir unsere fernbedienung mit sprachsteuerung die werde ich später mal testen alles ist separat verpackt in einen extra wir holen wir einfach den tuch und zeigen wie wir damit unser handabdrücke das ist geputzt so ich packe jetzt meine tv box wieder ein grund ist dass ich das irgendwie nicht packe vorzuführen wie die funktionen sind und so weiter aber ein video kommt auf jeden fall noch so den link füge ich in den beschreibung rein ich werde das danach sehen so 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 so